Für die CDU und CSU-Fraktion ist die Kollegin Elisabeth Winkelmeier-Becker. Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen und Zuhörer hier im Saal und an den Fernsehern zu Hause bestimmt auch. Ich bin froh, dass wir jetzt endlich die Debatte hier im parlamentarischen Rahmen beginnen können. Denn die Verschärfung der Strafverkarte Stalking ist ein wichtiges Anliegen der Union, das wir auch schon im Koalitionsvertrag untergebracht haben. Schon damals haben wir festgehalten, dass es ein auffälliges Missverhältnis gibt zwischen vielen Anzeigen, die gestellt werden, etwa 20.000 im Jahr, denen dann nur etwa 200 Verurteilungen im Jahr gegenüberstehen. Und das zeigt zum einen, dass hier schon ein großes empfundenes Unrecht, eine Bedrohung im Raum steht. Auf der anderen Seite zeigt es aber auch, dass die gesetzliche Regelung, die wir jetzt haben, dem nicht gerecht wird. Es ist ein Dienst dafür, dass hier Handlungsbedarf besteht. Und dessen nehmen wir uns jetzt auch an. Wir haben deshalb im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir im Interesse der Opfer die tatbestandlichen Hürden für eine Verurteilung senken wollen. Und es hat dann zwar noch ziemlich lange gedauert, bis wir hier diesen Entwurf jetzt vorgelegt bekommen haben. Wer das letztendlich getan hat, das sind die Minister der Länder Bayern, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen. Die haben als unionsgeführte Ministerien diesen Gesetzentwurf im Bundesrat angebracht. Und auf dem beruht jetzt im Wesentlichen auch der Entwurf der Bundesregierung, den wir heute debattieren. Wer auch zur Beschleunigung dieses Verfahrens beigetragen hat, ist Marie Scherpe, eine Autorin und Bloggerin hier aus Berlin. Sie ist selber Betroffene und hat eine Online-Petition zur Änderung des Talking-Paragrafen angestoßen. Im Dezember, vor zwei Jahren mittlerweile fast, hat sie 80.000 oder 90.000 Unterschriften auch im Bundesministerium der Justiz übergeben. Damals hieß es, ja, das machen wir. Es geht nicht mehr um das Ob, es geht nur noch um das Wie. Das wollen wir beraten. Es hat dann leider noch ein bisschen gedauert, bis wir jetzt endlich in die Beratungen einsteigen können. Aber es ist ja noch nicht zu spät und wir werden die Sache jetzt auch dann beherzt angehen. Aber so die allererste Priorität scheint das da noch nicht gehabt zu haben. Worum geht es jetzt bei Paragraf 238? Der Paragraf, die Regelung ist noch gar nicht so alt. 2007 wurde sie in das Gesetzbuch geschrieben, auch damals maßgeblich geprägt von der Union. Vor allem die Kollegin Ute Granolt darf ich in dem Zusammenhang hier noch einmal erwähnen, die das damals als ihr Herzensanliegen auch betrieben hat. Vorausgegangen waren Fälle, in denen zunächst ein beharrliches Nachstellen zu verzeichnen gewesen war und dann auch massive Übergriffe, Angriffe auf die Person, teilweise sogar mit tödlichem Ausgang, erfolgt sind. Und ich weiß auch als frühere Familienrichterin, dass diese Angriffe und dieses Stalking oft aus dem privaten Umfeld erfolgt, Ex-Liebhaber, Ex-Partner oder eben auch die, die von vornherein abgewiesen worden sind. Und dann hatte man eben bis zur Einführung dieses Paragrafen 238 letztendlich keine Handhabe gegen dieses beharrliche Nachstellen. Weil die Handlungen, um die es da im Einzelnen geht, für sich genommen jeweils erlaubt sind, relativ unproblematisch sind, als Belästigung abgetan werden können. Aber in Summe sind sie eben eine ganz massive Beeinträchtigung der Lebensqualität. Sie ängstigen und im Extremfall münden sie ja auch in massive Gefahren für Leib und Leben des Opfers. Und damals musste man die Frage beantworten, warum muss eigentlich immer erst was passieren, bevor man gegen den Täter vorgehen kann. Solche Nachstellungen, um die es jetzt geht, sind nicht immer so dramatisch. Trotzdem auch unterhalb dieser Schwelle schon sehr lästig und nicht zu verharmlosen. Und nicht untypisch ist, dass die Situation von den beiden beteiligten Personen völlig unterschiedlich wahrgenommen wird. Ich möchte das hier anhand eines Beispiels nochmal darlegen, dass sicher für sich genommen ganz klar unterhalb der strafbewehrten Schwelle bleibt. Aber dass es einfach so schön wiedergibt. Sie kennen wahrscheinlich ein Lied. Das will ich jetzt nicht singen. Dafür bräuchte ich im Übrigen auch einen männlichen Kollegen. Es ist nämlich ein Wechselgesang. Johannes, guck nicht so. Oder ich will sie dich zur Verfügung stellen. Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Ein Lied, getragen von einer eigentlich positiven Grundstimmung. Man kann sich so richtig in die Situation hineinversetzen. Ein Mann fährt mit seinem eigentlich schnellen Wagen auf der Autobahn. und klemmt sich hinter die Ente, an deren Steuer ein junges Mädchen sitzt. Und er schildert das eben so in der Art des Ohrwurms mit einer hörbaren Selbstgefälligkeit. Selbstgefälligkeit macht er sich Gedanken darüber, was denn dieses Mädchen da jetzt wohl zu tun hat. Und sie wird am Ende schon sein Mädchen, so ungefähr. Und aus ihrem Blickwinkel, wenn man ihr zuhört, hört sich das Ganze eben ganz, ganz anders an. Sie macht sich Gedanken darüber, was der will. Dieser blöde Kerl dahinter ihr. Sie ist genervt. Sie ist verunsichert. Sie fühlt sich bedrängt. Und sie nimmt das zum Anlass, von der Autobahn runterzufahren, obwohl sie dadurch zu spät kommt. Also eigentlich eine banale Situation. Aber sie zeigt, wie das wirkt, um was wir hier heute debattieren. Es geht um das Recht, sich unbehelligt, unbehindert, unbefangen, frei und ohne Rechtfertigungsdruck und ohne aufgezwungenen Kontakt bewegen zu können, leben zu können, entscheiden zu können. Und dieses Recht ist eben durch beharrliche Nachstellungen massiv beeinträchtigt. Aus der Perspektive des Täters geht es um das Bestreben, Kontrolle zu gewinnen, Macht auszuüben über jemand anders. Es ist das Opfer zu belästigen, es zu beängstigen, sich selbst immer wieder dort in Erinnerung zu bringen. Und das mit all den Möglichkeiten, die man im digitalen Zeitalter so hat. Also per Telefon, per SMS, über Facebook, über Paketzustellungen, die man nicht selber bestellt hat. Per Brief oder eben auch ganz real, indem man dem Opfer schon morgens von der gegenüberliegenden Straßenseite her auflauert. Und für das Tatopfer hat das weitreichende psychische und soziale Folgen, Misstrauen, Angst, Schreckhaftigkeit, Schlafstörungen und das über viele Jahre hinweg. Und das zeigt auch, dass es hier eigentlich um eine Facette geht, eines Themas, mit dem wir uns hier schon häufig beschäftigt haben. Es geht immer wieder um den Schutz des Opfers vor Verletzungen seines Rechts auf Selbstbestimmung, seines Privatlebens, seiner sexuellen Selbstbestimmung, Freiheit, Entfaltung der Persönlichkeit vor Übergriffen der unterschiedlichsten Art. Angefangen von dem Thema Kinderpornografie, wo es um sexuelle Übergriffe und voyeuristische Bloßstellung ging. Strafbarkeit des Menschenhandels, wo es um Einschränkungen der Freiheit ging, um sexuelle Selbstbestimmung. Der Vergewaltigungsparagraf, den wir gerade reformiert haben unter dem Stichwort Nein heißt Nein. Es geht in all diesen Fällen letztendlich darum, dass dieses Nein respektiert werden muss, die Freiheit Nein zu sagen, auch in diesem Fall das Stalking. Es wäre schön, wenn das jetzt der Schlussstein wäre im Ausbau dieses Schutzes. Das ist es noch nicht. Da bleiben auch noch andere Dinge übrig, die zu tun wären. Ich nenne hier nur kurz, dass wir noch Verbesserungen beim Cybergrooming wollen, dass eine Vorbereitungshandlung für Übergriffe ist, die Strafbarkeit bei der Kinderpornografie, zuhälterer und sexueller Ausbeutung. Wenn wir den Blick über das Strafrecht hinausheben, dann gehört sicherlich auch die Bekämpfung von Kinderehen in den weiten Kontext dieses Themas. Was sich ändert, dazu haben meine Vorredner ja auch schon vorgetragen. Ich möchte noch mal kurz auf den Fall der Bloggerin Marie Scherpe zurückkommen. Sie hatte die Erfahrung, dass sie jahrelang gestalkt wurde. Sie hat dann alle Unterlagen gesammelt, alle Mails und SMS und dergleichen und ist mit all diesen Belegen zur Staatsanwaltschaft gegangen. Und sie wurde abgetan. Das seien doch nur Belästigungen. Und sie fand dann eben heraus, was der Knackpunkt ist, nämlich, dass es an ihr selber lag. Sie war zu tough, sie war zu stark und hat sich davon nicht beeinträchtigen lassen. Sie sagt selber, ich war kein gutes Opfer. Und das darf natürlich nicht stehen bleiben. Das wäre die völlig falsche Zielrichtung. Denn es darf nicht das Opfer gezwungen werden, sein Verhalten zu ändern, sondern es geht darum, auf den Stalker einzuwirken und ihm klarzumachen, dass er sich strafbar und übergriffig verhält. Und das ist der Anlass und der Grund, weshalb wir hier eben diese Änderung im Tatbestand vollziehen. Die Tat des Täters muss nur noch objektiv geeignet sein, das Leben des Opfers schwerwiegend zu beeinträchtigen. Schon angesprochen wurde, dass wir außerdem dieses Delikt aus dem Katalog der Privatklagedelikte herausnehmen, um auch da das Opfer zu stärken. Und dass wir parallel dazu auch im Zivilrecht das Gewaltschutzgesetz anpacken wollen, um auch hier zu einer besseren Durchsetzbarkeit der Vereinbarungen zu kommen. Ich denke, dass wir hier auf einem sehr guten Weg sind und freue mich auf die Beratungen im Detail. Vielen Dank.